So im Krieg ist sollte man nicht zur Zeit verplempern. Ich wollte ja abhauen, aber nein, die mussten ja unbedingt mich kriegen. Ich bin ja der Böseste und Stärkste von allen. Pinion Brücke Nord. Schnicks los. Ja. Ich mache dann Lieferstream auch wenn es momentan noch ein bisschen lag. Damit alle live zusehen könnt und dann könnt ihr auch später noch das Video schauen und so weiter. Momentan für nur so herumlaufen bringt es nichts. Und viele Leute können einfach nicht schauen, weil es dann halt vielleicht in einer anderen Zeit ist, als die irgendwie wach sind. Weil, ja, sagen wir mal so, viele Zuschauer sind ja Gamer und so. Die sind meistens jetzt in der Nacht on oder am Morgen oder so. Und deshalb, wenn ich am Abend Livestream mache, dann sehe ich immer eine Eins. Weil ich bin die Eins. Ich kann jetzt nicht sagen Null. Aber eben, je mehr ihr macht, desto mehr machen es andere auch. Und ja. Ich haue ab, ich haue ab. Ich habe doch nichts zu vermelden. Ich schaue mich um. Nach Weihnachtsbäumen und Gesteinen. Und ignoriere die Sürden ganz gekonnt. Ich gehe wieder in die Mauer. Und quesste mich ein bisschen nach oben. Auch wenn es nicht reimt. Das ist doch nur geschleimt. Ja, wir sind noch viel zu wenig levelig. Wir müssen nach oben. Wir müssen uns zu einem Hero entwickeln. Wir werden die stärksten sind. Ich nehme mal das Portal. Bitte, bitte nicht irgendwo ins Mitte. Bitte, bitte. Wir müssen uns unterschreiben. Wir müssen nach oben gehen. Wir müssen nach oben gehen. Und nach oben gehen. Wir müssen geraten. dass es jetzt dann zu einem Krieg dorkommen wird. Und deshalb bin ich weg. Ich bin weg. Wecker um Weckersten. Sturzschaden. 63 Schaden, weil ich 2 mm runtergefahren bin. Ja toll, man kommt ja hier hoch. Doch ganz klar. Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Die nehmen jetzt diese Burg auch noch ein. Und kommen direkt mir entgegen. Halbinsel von Alisius. Kommen hier hoch wenigstens. Ja. Schön. Jetzt wieder der Vulkan. Wo ist er jetzt? Der will es wissen. Ein Ford in Ickenhand von Sirten umzwingt und der Alisier macht einfach mal. Ja, er verliert. Er stirbt. Er stirbt. Er verliert zu viel Schaden. Nein, Skywalker, was machst du? Du darfst nicht sterben. Nein! Stimmt endlich! Nein. Komm. Überlebe es. Überlebe es. Nein, er ist tot. Und jetzt, wo bist du jetzt? Hä? Lebt er noch oder hat er sich gar noch nicht zurückgezogen? Was ist das wieder mal hinten? Ja, ist hinten drin. Er ist dort. Ich geh zu ihm. Waren es zu viele. Oh, hier gibt es geil viele Stein Golems, wo ich mal in Barbar geformt habe. Genau. Ich komm mal wieder nicht runter. Geht das hinauf? Ja. Ich bin einfach mal eine unsichtbare Wand. Ich hab einfach mal die Zeit, eine Spiele aufzuhalten. Ja, jetzt bin ich ganz oben, aber will ganz nach unten. Wie macht man das am besten? Ich geh jetzt zur Hängebrücke, wenn ich das schaffe. Nein! Ja, so viel Schaden, nur weil ich gerutscht bin. Ich verstehe dieses Schadensystem nicht. Ich überlebe es nicht. Doch, ich hab's überlegt. Ja, ich bin unten. Mal ein bisschen ausruhen. So. Hm, schon wieder da. Ja, unsere Krone. Das geht mal gar nicht. Und jetzt, was machen wir jetzt? Gamecrafzen? Ja, kann ich jetzt momentan nicht machen. Ich bin aufhör. Ja, jetzt geht das an. Ich bin jetzt. Ja, ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Brauche den für eine Quest? Wäre sehr nett. Also wie kommen wir jetzt am besten? Denk da durch. Okay. So, und jetzt. Da durch. Eine Insel mit drei Bergen. Eine Insel. Die ist schön. Irgendwie so. Keine Ahnung. Framson Style. Voll gross, ne? Ich nehme heute ein bisschen mehr auf. Ich habe so extrem viel Bock weiter zu kommen. Und die anderen Let's Base machen wir momentan nicht zu viel Spass. Also Hexid. Aber das Hexid habe ich ja vorgestern hochgeladen. Gestern habe ich mal einen Tag Pause gemacht. Damit ich mal ein bisschen Sport machen kann. Und ja. Heute habe ich den Salat. Ich bin so extrem krank. Aber ja. Ich bin an die Krankheiten gewöhnt. An diese Gripen und so. Und kann trotzdem aufnehmen. Außer wenn ich mal vielleicht ein bisschen heiser bin. Aber das wird. Das kommt bei mir eigentlich nie vor. Der Org bei Heluland. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. wieder im sicheren Gebiet. Als eine Invasion kommt. Aber. Das wird es ja jetzt nicht. Ja. Stimmt. Genau. Eine falsche Rolle sind. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Was ist los? 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 Und dann kommen ja noch die Elementare, die Wächter, wie die heißen. Und das schaffen wir auch nicht. Ich verstehe dieses Game nicht. Es will irgendwie zwingen die Spieler zusammen zu spielen lassen. Aber es macht niemand. Es holt jeder Hilfe einfach nur. Fertig. Eine Person, die über 40, 50 ist, schafft den. Und dann holen sie solche. Ich hole halt auch einen. Und den habe ich ja. Ja, was will man mehr? Ähm. Ich mache da oben. Einmal. Entschuldigung. Wätsch. Wahres! K. K.